Ja, hallo liebe Freunde, ich erstelle dieses Video gerade mal zu, ähm, beziehungsweise extra für Leute unter uns, die sich auch gerne mal mit dem Spiel Risen 2 beschäftigen und da Probleme zum Beispiel mit der Performance haben oder generell mit Sachen im Spiel nicht ganz zufrieden sind. Ich habe mir da nämlich mal was ausgedacht und zwar, es gibt ja die sogenannten Tweaks, das sind zum Beispiel Verbesserungen, unter anderem sind das zum Beispiel, wenn Gegenstände jetzt einfach aufploppen, wie zum Beispiel die Gegenstände, die wir haben, diese Fässer in Risen, NPCs, Lichter, Bäume und so weiter, das kann man damit komplett annulieren. Das heißt, diese Tweaks sind in einer simplen Textdatei. Diese Textdatei ist eine XML-Datei, das ist eine, soweit ich weiß, ist das eine Auszeichnungsdatei und dort kann man dann halt, ähm, Zahlen verändern, kann man damit ein bisschen rumjonglieren und je nachdem kann man da bessere Ergebnisse erzielen. Und ja, also zum Teil kann man auch bessere Grafik oder erhöhte Grafik da mit reinkriegen und auch performance-mäßig kann man da ordentlich was raushauen, habe ich vorhin selber mal getestet. In dem Wald, wo wir jetzt derzeit uns befinden, das werdet ihr jetzt ungefähr im 91. Partsand sehen, ähm, ist es ziemlich performance-lastig und ich bin davon ungefähr 25 mit Aufnahme, bin ich auf um die 32 hochgekommen, das heißt 7 FPS und ja, das ist eine Performance-Steigerung von ungefähr, wenn ich es richtig gerechnet hatte, 27%. Und ja, es kommt noch darauf an, wie diese Erhöhung stattfindet. Das Ganze wird nämlich in Low, Medium, High und Ultra unterteilt und ich habe die Textdatei hier auch schon offen, das ist die Config Default und hier wird es unterschieden. Oben ist zum Beispiel, steht gerade View Range Quality, das heißt die eingestellte Qualität, die wir haben. Dann geht es hier weiter runter unterteilt zwischen Low, Low-Medium, Medium-High und Ultra. Bei High zum, also High ist das, was wir benutzen, da wir nicht komplett Ultra haben und hier kann man sowas einstellen wie Item, NPC, Level, Object, Speedtree, Events, Effects, Light und Terrain und da kann man auch zum Beispiel das Erscheinen dieser Gegenstände oder der, der, der Sachen da einstellen. Die Zahlen zum Beispiel für die kleinen Gegenstände, die nicht wirklich bedeutschend sind, wie ein Apfel oder sowas, die tauchen erst bei mir relativ spät auf, weil sie nicht so, so einen großen Belang haben, weil sie dann, ich muss sie nicht aus 30 Metern oder, weiß nicht, ich muss sie nicht aus 130 Metern schon sehen können. Für mich müssen die einfach nach 30 Metern, äh, einfach erscheinen können. Das heißt dann auch die NPCs zum Beispiel, ah, jetzt sehe ich hier gerade, äh, NPC Small, das heißt kleine Viecher, die ziemlich unbedeutsam sind, so wie eine Kakerlake oder sowas, ähm, die haben eine Range bei mir von 4000, das heißt, ähm, ungefähr bei 4000 tauchen sie auf. Wie genau das gehandhabt wird, habe ich jetzt keine Ahnung. Muss man jetzt noch rausfinden. Und große NPCs tauchen zum Beispiel bei 8000 auf, das kann ich jetzt zum Beispiel mal auf 10.000 hochsetzen. Und dann tauchen zum Beispiel Trolle oder sowas, äh, der, der ähnlichen Fabrikate oder den, den, ja, irgendwelche ganz großen Gegner, die wir zum Beispiel jetzt schon hatten. Ich möchte ja nicht spoilern, deswegen sage ich die Namen nicht. Und deswegen kann man das zum Beispiel hochstellen, damit man die, äh, schneller erkennen kann. Und, ja, also, eigentlich war's das auch schon. Ansonsten lässt sich auch die Difficult, Menu Disable und alles Mögliche lässt sich hier einstellen. Man sollte natürlich, wenn möglich, nicht so viel an dieser Datei ändern, beziehungsweise keine Sicherheitskopie dieser anlegen. Und, ja, eigentlich war's das jetzt auch schon. Ich wollte das eigentlich nur mal gesagt haben. Und ich werde mal meine, meine Config, wie ich sie habe, die werde ich wahrscheinlich online stellen. Ihr müsst dann natürlich, je nachdem, welche Auflösung ihr habt, müsst das dann mal gucken, ob das alles hinpasst, oder alles, alles so ist, wie ihr möchtet. Und, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das benutzen würdet, wenn ihr das mal angucken würdet, ob euch das gefällt, ob ihr, ob ihr da irgendwie, ähm, ja, sag ich mal, ob ihr da irgendwelchen Nutzen draus habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und, ja, das war's dann. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Diesmal kein Let's Play, aber dafür immerhin, sag ich mal, etwas Dezentes diesmal. Und, ja, wir sehen uns dann bei den nächsten Let's Plays. Und, wie gesagt, die, unten werde ich die Config mal reinhauen. Und ihr könnt dann, je nachdem, wie das bei euch aussieht, auch ein bisschen damit herum experimentieren und mal schauen, was bei euch dann so schönes rauskommt. Also, ich kann sagen, die Modding-Szene in Risen 2 gefällt mir schon sehr gut. Und ich werde dann nachher, oder wenn ich das Video fertig gemacht habe, werde ich die Links zu dieser Modding-Szene und auch so verschiedene Mods, die schon derzeit rausgekommen sind. Ich kann ja mal, ähm, kurz mal schauen, damit ich euch da, ähm, eine gewisse Resonanz geben kann. Zum Beispiel ist hier auf dem Forum, äh, forum worldofplayers.de, ähm, schon Mods wie zum Beispiel kleinere Schriftarten für NPCs und Itembezeichnungen, Minigame-Rejectures, dann eine No-Po-M-Mode von Malkuth, zum Beispiel eine Performance-Verbesserung im Spiel. und das Ganze ist dann eigentlich nur, wenn ich das gerade richtig sehe, ähm, ist das nur geländemäßig. Das heißt, das Gelände wirkt nicht so aufgedrückt. Das heißt, ähm, es wirkt einfach etwas realistischer und damit, ähm, ist auch performance-mäßig, ähm, kann von 5 bis 25% belangen. Das heißt, dieses, diese einzige Mod, die eine, eine File bewirkt, hier steht das auch, dass dieses, eine Materials.p00 und dass die in den Common-Folder von Risen2 muss, wenn die dort zum Beispiel drin ist, kann es sein, dass ihr im Endeffekt dann diese Performance-Verbesserung habt. Es ist nicht gravierend, beziehungsweise ich, ich will sagen, dass man das, ja, eigentlich schon fast gar nicht merkt. Und auf jeden Fall sind die Mods echt gut. Es wirkt, äh, etwas realistischer und dazu eine Performance-Verbesserung von ungefähr 5 bis 25%. Nun gut, das wollte ich nochmal angemerkt haben. Und, äh, meine Lieblings-Mods werde ich dann unten mal reinschreiben, so wie die Tweak, also die, die Textdatei, wie ich sie derzeit hab. Und auch den Link zu der Modding-Szene hier vom Baltram zum Beispiel werde ich in die Videobeschreibung hauen, damit wir dann gemeinsam ein besseres Spielerlebnis haben. Gut, dann wünsche ich euch alles Gute und wir sind dabei in den nächsten Let's Plays wieder dabei. Und vielleicht kommt ja noch was Nettes, Wer weiß das schon. Das hätte auf jeden Fall ungefähr seine, äh, seine Spezialität und die werden wir natürlich servieren. Gut. Dann wünsche ich euch alles Gute.